Was geht liebe Leute? Ich begrüße euch endlich mal wieder zu einem neuen Video hier in den heimischen Wänden und heute soll es komplett darum gehen, wie war eigentlich meine Kalifornienreise, was hatten wir für Kosten, was für Unterkünfte kann ich euch weiterempfehlen, was kann ich euch nicht weiterempfehlen und natürlich was haben wir so für Erfahrungen gemacht. Ich versuche das immer so ein bisschen mit ein paar Drohnenaufnahmen und allgemein so ein paar Bildern euch wieder zu geben und grundsätzlich, es war natürlich eine riesig geile Reise, sag ich mal, wir haben extrem viele Eindrücke gewinnen können, aber es war natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Es war jetzt in keinster Weise für uns Erholungsurlaub, da hätten wir vielleicht den ganzen Urlaub ein bisschen länger ziehen müssen, um dann noch mehr Zeit an den einzelnen Orten verbringen zu können, um dann auch wirklich mal Entspannung einkehren zu lassen. Und ja, ich möchte heute einfach mal so ein bisschen euch davon erzählen, wie haben wir das alles organisiert, die Unterkünfte und so weiter werdet ihr auch in der Infobeschreibung bekommen und natürlich auch so einen grundsätzlichen Kostenüberblick. Wir haben den ganzen Urlaub, sag ich mal, so geplant, dass wir auf der einen Seite natürlich vieles so günstig wie möglich machen wollten, auf der anderen Seite aber auch im Urlaub jetzt uns nicht irgendwie zurückhalten wollten und ja, dann zugeschlagen haben oder dann auch Geld ausgegeben haben, wenn wir gesagt haben, okay, das ist es uns auf jeden Fall wert. Grundsätzlich haben wir versucht natürlich zum Beispiel einen sehr, sehr günstigen Flug einfach nach Kalifornien zu bekommen. Da war unsere erste Anlaufstelle von Köln nach Las Vegas zu fliegen, haben das mit Eurowings gemacht und das war ganz okay. Wir hatten auch einen XXL Platz oder einen XL Platz, was soweit auch für mich sehr, sehr wichtig war, einfach weil ich ein relativ großer Typ bin und bei den normalen Plätzen stoßen meine Knie komplett an den Vordersitz und das ist bei einer Flugdauer von zwölf Stunden extrem scheiße, muss ich euch sagen. Ja, das hat sich auf jeden Fall soweit gelohnt und trotzdem war es an sich ein relativ günstiger Flug. Eurowings ist ja jetzt nicht die übelste Komfort- oder Komfort-Fluggesellschaft, sodass wir da auf jeden Fall ein bisschen Geld schon gespart haben. Wir haben, glaube ich, insgesamt für Hin- und Rückflug nur rund 400 Euro, wenn ich mich nicht irre, ausgegeben und das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich günstig. Also, erstes Stopp war Las Vegas. Dort hatten wir eine Unterkunft gebucht, die wir über Airbnb gebucht haben. Das war auch ganz okay, sage ich mal, aber ich kann es nicht unbedingt jedem empfehlen, das genauso zu machen. Ich glaube, dass man in Vegas sich eher ein Hotel nehmen sollte. Das haben wir am letzten Tag nämlich, weil wir, also wir haben eine Rundreise im Prinzip gemacht, sind in Las Vegas gestartet und waren am letzten Tag dann auch wieder in Las Vegas und da hatten wir nochmal eine Übernachtung in einem Hotel und das war meiner Meinung nach wesentlich geiler. Einfach, weil es, man war direkt am Strip, das war mega gut, man hat alles fußläufig, ist man im Prinzip direkt zum Strip gekommen, konnte den ganzen Strip ablaufen und ja, allgemein der Verkehr ist nun mal eine Großstadt. Gerade abends geht da richtig die Post ab und das ist dann schon, ja, sage ich mal, da sollte man dann Autofahren vermeiden. Gute Alternative ist zum Beispiel Uber, ist einfach eine App, wo man, ja, wie MyTaxi zum Beispiel nur, das ist halt auch von Privatpersonen, die sich dann quasi als Fahrer zur Verfügung stellen. Und so kann man relativ günstig, egal in welcher Stadt, in Kalifornien, in Nevada und so weiter sich fortbewegen, beziehungsweise das war jetzt nicht die Stadt, sondern der Bundesstaat. Aber allgemein viele Städte bieten das nun mal in den USA an und dementsprechend haben wir das auch sehr, sehr gerne in Kauf genommen. Vor allen Dingen kann man halt alles bargeldlos bezahlen, sodass man dort zum Beispiel einfach seine Paypal-Adresse angeben kann und dementsprechend dann einfach, ja, man bestellt sich, oder man sagt, hier befinde ich mich, hol mich ab. Alles klar, dann kommt ein privater Fahrer vorbei und der fährt mich dann weiter irgendwo hin und alles wird dann über Paypal auch abgewickelt und das lief echt wunderbar. Muss ich sagen, das kann ich wirklich nur empfehlen, haben wir dann nämlich auch im weiteren Verlauf in San Francisco und so weiter immer wieder in Kauf genommen, beziehungsweise auch in L.A. und so und das war richtig, richtig gut. Also, erster Flug nach Las Vegas, hatten da dann eine Unterkunft in einem Haus, das war ganz okay, war jetzt auch nicht so mega weit vom Strip entfernt, aber grundsätzlich, wie gesagt, holt euch da lieber ein schönes Hotel, Buch relativ günstig, dann werdet ihr auch noch das ein oder andere gute Hotel bekommen. Wir waren im, Moment, ich gucke nach, Ilara bei Hilton, Grand Vacations Hotel, das war richtig, richtig gut, wir haben es auch richtig günstig geschossen, diese eine Übernachtung, muss ich sagen und dementsprechend, also dieses Hotel, wenn man das günstig bekommt, kann ich das wirklich nur empfehlen. Dann hatten wir während des ganzen Roadtrips auch ein Auto uns natürlich ausgeliehen, das haben wir über Sixt gemacht, war einfach zu diesem Zeitpunkt, wo wir das geguckt haben, der günstigste Anbieter, weil wir unbedingt ein Cabrio haben wollten. Ich wollte unbedingt ein Mustang fahren, haben uns dementsprechend auch ein Mustang gemietet, beziehungsweise ein Cabrio gemietet, was dann immer so ein Mustang wird. Und ja, was soll ich euch sagen, Leute, wir haben direkt ein Upgrade bekommen, ich habe ein Mustang GT bekommen, heißt so eine richtige PS-Karre, der hört sich auch traumhaft an. Das Doofe war einfach nur, ich habe nicht auf den Tank geguckt, so und die haben uns den quasi leer übergeben. So, und ich habe wirklich, ich war so beeindruckt von diesem Sound, dass ich nicht mal annähernd auf die Tanknadel geguckt habe. So, und dann sind wir da schon so ein bisschen rumgefahren, abends noch einkaufen gefahren und so weiter. Und am nächsten Tag gucke ich so auf die Tanknadel, weil wir so losfahren wollen und ich denke so, alter, der scheiß Tank ist schon leer, das kann doch nicht sein, das kann doch jetzt nicht hier vorne ein bisschen rumfahren kommen. Und da habe ich wirklich gedacht, alter, der schraubt sich bestimmt seine 25, 26 Liter rein, auch wenn das, ja, sage ich mal, auch schon nicht hingekommen wäre, nicht, wenn man den Tank ganz voll macht, so. Und da war uns die ganze Sache, da ist so ein Misstrauen entstanden, sage ich mal, dass wir dann zu Six zurückgefahren sind und gesagt haben, ey, pass auf, Leute, ey, wir machen eine Rundreise, das wären rund 3000 Meilen hier, schätze ich mal. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Auto, was einen großen Tank hat und was nicht so mega krank viel verbraucht, wie jetzt zum Beispiel der Mustang GT. Ja, haben dann auch ein anderes Auto bekommen, ein Camaro, war trotz alledem natürlich ein, ja, ein Cabrio, war trotz alledem gut, aber es war in keinster Weise so wie der Mustang GT. Okay, im Nachhinein muss ich sagen, ich würde es nicht nochmal tauschen, weil der Camaro, wenn man das zum Cabrio umwandeln wollte, dann musste man extra den Kofferraum freiräumen, musste da so eine Klappe reinmachen und so weiter. Und das war einfach, ja, war überflüssig so. Und die 20 Liter, die wir da mehr oder 20, ja doch, 20 Liter, die wir da mehr in den Tank bekommen konnten, die waren, ja, letzten Endes nicht so atemberaubend wichtig, dass wir diesen Tausch hätten machen müssen. Alles klar, das war erstmal Las Vegas, beziehungsweise ich muss einmal ganz kurz die Phoebe rauslassen und dann geht's weiter. Was man in Las Vegas machen soll, das glaube ich, sollte jeder wissen, einmal den Strip ablaufen, einmal, ja, so richtig dieses Casino-Feeling aufkommen lassen. Ich glaube, wenn man da dann auch zocken möchte, kann man das natürlich auch gerne machen, aber ich muss sagen, mich hat das jetzt, ich bin einfach nicht so dieser Spielotyp, ich mag das nicht, mich da an so einen Automaten zu setzen und dann Geld auszugeben. Ich glaube, da wäre ein anderes Feeling nochmal aufgekommen, wenn man da sich dann vielleicht wirklich an so einen Tisch gesetzt hätte, mal so Poker mitgezockt hätte oder so. Aber das ist einfach irgendwie nicht meine Welt und dementsprechend habe ich das, sag ich mal, auch alles eher so auf mich wirken lassen und bin dann einfach nur einmal die ganzen Casinos abgelaufen, den Strip abgelaufen und so weiter. Wir waren dann auch bei Shake Shack was essen, Shake Shack natürlich mega, mega lecker, aber man muss sagen, dass diese Seite des Strips, wo auch Shake Shack ist, nicht die Seite ist, sag ich mal, die so atemberaubend ist. Da sollte man eher Richtung Caesar Palace gehen und so weiter. Das macht viel, viel mehr her und ja, das kann ich euch einfach nur empfehlen, dass ihr da auf jeden Fall nicht nur eine Seite des Strips ablaufen solltet, sondern auf jeden Fall beide Seiten des Strips. Und dann sind wir von Las Vegas, haben wir einen Tagestrip gemacht, heißt das war so, wir sind angekommen, erster Tag in Las Vegas und danach der Tag, dann ging es direkt zum Grand Canyon. Grand Canyon war auf jeden Fall krank, atemberaubend, aber Leute, es ist, also wir haben es wirklich als Tagestrip gesehen, heißt wir sind von Las Vegas zum Grand Canyon gefahren. Eigentlich soll man noch, ja, den, den, ich glaube, das ist dann der nördlichere Grand Canyon, den sollte man eigentlich auch noch abparken, beziehungsweise dann kommt nochmal ein Canyon, den man sich angucken soll. Aber ich muss ehrlich sein, am Ende des Tages waren wir froh, dass wir nur den Grand Canyon angefahren sind, weil sonst wäre es für eine Tagestour einfach zu viel gewesen. Man kann die ganze Sache natürlich auch mit dem Helikopter machen, das kostet, glaube ich, in etwa 300 Dollar von Las Vegas aus, dann über den Hoover Dam zum Grand Canyon zu fahren. Wir haben das alles mit dem Auto gemacht, weil wir da einfach so, ja, zum einen wurde den Damen, sag ich mal, beim Flug oder beim Hinflug schon ein bisschen schlecht und dementsprechend wollten wir dann das nicht nochmal provozieren, wenn wir mit dem Helikopter fliegen und wir haben dann auch einfach gesagt, ach komm, wir sparen da ein bisschen Geld, wir wollen da nicht noch 300 Dollar pro Person für einen Helikopterflug einmal rund um den Grand Canyon, Hoover Dam und so weiter und noch weiter zu machen. Ja, wir haben das dann mit dem Auto gemacht und ich muss sagen, es war schon hardcore mit dem Fahren. Also wir sind rund vier bis fünf Stunden allein zum Grand Canyon gefahren, ich glaube vier Stunden waren es, haben uns das dann auf dem Weg natürlich den Hoover Dam noch angeguckt, sind dann zum Grand Canyon gefahren und das war schon echt atemberaubend. Also wirklich ein Bild, das sich so in meinem Kopf festgebrannt hat, weil es wirklich krank war einfach. Es war wirklich, das kann man gar nicht in Bilder fassen, was das dann, das kann man noch niemals, das Auge kann das noch niemals richtig erfassen, wenn du dann wirklich da so am Abgrund stehst und da runter guckst und einfach so denkst, Alter, wie krank ist das bitte? So und das war, das war wirklich atemberaubend und dann sind wir abends dann auch wieder zurückgefahren, vier Stunden zurück mit dem Auto und boah, da muss ich schon sagen, das war schon echt grenzwertig. Bei uns, Luisas Papa zum Beispiel, hat gesagt, ja eigentlich hätte man dafür auch extra da ein Hotel mieten müssen und dann nur hinfahren, sich das angucken müssen, Hotel, dann am nächsten Tag zurück. Ich persönlich muss sagen, es war jetzt so schon krass anstrengend, aber da extra eine Übernachtung für einzuplanen, weiß ich nicht. Würde ich nicht unbedingt machen, meiner Meinung nach war es halt wirklich so ein Tagestrip, war krass anstrengend, krasse Eindrücke aber auch und dann sind wir zurück nach Las Vegas. Von Las Vegas am nächsten Tag sind wir dann zum Yosemite Nationalpark, beziehungsweise wir haben noch einen kurzen Stop gemacht. Wir sind zum Yosemite Nationalpark gefahren und auf dem Weg kommt nun mal noch zum Beispiel Des Valley und Des Valley ist, da haben wir einige Kilometer davon entfernt, haben wir dann nochmal übernachtet in Lone Pine. Das war einfach nur so ein ganz normales Motel, wo ich sagen muss, puh, also Des Valley an sich, da gibt es einen Aussichtspunkt, der nennt sich Dante's View, richtig geiler Aussichtspunkt, ohne Spaß, war megamäßig da so mal runter zu gucken, so dann zu sehen, wo sich so die ganzen Salzablagerungen gebildet haben und so ein bisschen die Geschichte davon zu verstehen und so, aber dann da unten in Des Valley zu fahren, in diesem Tal, puh, Leute, was soll ich euch sagen, also mich hat das jetzt nicht so mega krass umgehauen, muss ich sagen, mir hat dieses Dante's View einmal von oben da rauf zu gucken, das hat mir schon fast gereicht, muss ich sagen und ich glaube, man hätte vielleicht aus dieser ganzen Fahrrei, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen hardcore angehaucht bin, hätte man sich die Übernachtung in dem Motel sparen können und dann lieber direkt durch noch nach Yosemite zu fahren, einfach, ja, wir hatten dann auch unmittelbar vor dem Yosemite Nationalpark, also auch noch vor diesem Pass zum Yosemite Nationalpark eine Unterkunft und deshalb würde ich, glaube ich, das beim nächsten Mal so machen, wirklich von Las Vegas es in Kauf nehmen, sehr lange fahren, dann einmal kurz Pause bei Dante's View machen, sich das angucken und dann weiter zum Yosemite Nationalpark zu fahren, beziehungsweise du hast niemals so die Unterkunft direkt unmittelbar in dem Nationalpark, sondern fährst dahin auch nochmal immer ein gutes Stück und das kann ich euch da einfach nur empfehlen oder ich würde es beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal so machen. Dann nächste Unterkunft Mammut Lakes, es war ungefähr, ja, unmittelbar, unmittelbar anderthalb Stunden Fahrt vom Yosemite Nationalpark entfernt, wir haben da eine Unterkunft über Booking.com gebucht, das war ein Haus, es war unseres, also meiner Meinung nach mega geil, also die Aussicht war grandios, das Haus an sich war echt bombastisch für sechs Leute, ja, man muss aber auch dazu sagen, wenn es jetzt einfach darum geht, in den Yosemite Nationalpark zu fahren, dann muss man von diesem Punkt aus nochmal gute zwei Stunden rechnen, einfach weil du von dieser Stadt aus fährst du nochmal über den Tioga Pass, um dann in den Yosemite Nationalpark zu kommen. Was kann ich euch dazu sagen? Also Tioga Pass an sich, mega geil, also einfach mal diesen Pass entlang zu fahren, ist schon irgendwie atemberaubend, muss man sagen. Der Yosemite Nationalpark, er ist wunderschön, es gibt wirklich wunderschöne Seen, es ist irgendwie so Natur, die einfach mega krass aussieht. Wenn ich aber die ganze, alles was ich jetzt in den letzten Monaten an Eindrücken gewonnen habe, oder in den letzten Monaten, in den letzten paar Tagen an Eindrücken gewonnen habe und wirklich mir so die Bilder im Kopf durchgehen lasse, dann muss ich sagen, dass der Yosemite Nationalpark an sich krass aussieht, aber nicht über krass. Also da haben viele so gesagt, boah, das wird euer absolutes Highlight und so und da muss ich sagen, das war richtig schön, aber das war jetzt nicht das absolute Highlight. Nee, nee, dafür hat es einfach nicht gereicht. Also dieser Tioga Pass, der war schon mega geil. Der Yosemite Nationalpark, beziehungsweise dieser Weg zu dem Valley oder das Valley an sich, ist auch irgendwie cool, so, aber dann das Valley an sich, das ist total unspektakulär. Das Coolere ist, glaube ich, dann, wenn man irgendwie sich zu so einem Aussichtspunkt hochgeht und so weiter, was wir aber leider nicht gemacht haben, weil ich leider echt krank war. Ich war neun Tage wirklich Totalausfall, so, und ich habe keine 100 Meter hoch geschafft, muss ich sagen. Und da haben wir uns das dann, beziehungsweise dann haben wir uns auch den Weg nochmal hoch zu so einer Aussichtsplattform, die auch nochmal anderthalb Stunden gedauert hätte. dann einfach auch gespart. Heißt, wir haben einen so einen Tagestrip zum Yosemite Nationalpark gemacht, sind dann nochmal zurückgefahren und sind dann am nächsten Tag wirklich, ja, quasi im Prinzip nochmal diesen Tioga Pass gefahren, weil es einfach der kürzeste Weg nach San Francisco war. Und ja, ihr müsst euch, wenn ihr so einen Roadtrip macht, müsst ihr euch wirklich darauf einstellen, dass ihr extrem viel fahren werdet. Ihr werdet extrem viel Zeit auf der Autobahn verbringen. Das hat mich jetzt nicht unbedingt so gestört oder so. Ich bin auch die ganze Zeit immer gefahren und so, weil ich da einfach, ich fahre gerne Auto so. Und das war jetzt nicht so übelst krass, dass es so mega anstrengend war oder so. Aber es erschöpft einen schon irgendwie so. Also man ist schon echt viel auf der Bahn und das ist keine Erholungsphase, wenn du da im Auto sitzt und die ganze Zeit fährst. Muss man einfach so sagen. Und ja, wir haben in unserer Unterkunft, als wir das Haus hatten, haben wir uns auch selber verpflegt. Da hätte man bestimmt auch gut essen gehen können. Aber da war dann immer so die, oder da haben wir dann einfach auch gesehen, ey, wir haben so eine geile Unterkunft. Wir haben hier alles, was wir brauchen zum Kochen. Und sind dann in so einen nahegelegenen Supermarkt gefahren und haben uns da dann einfach auch selbst verpflegt. Grundsätzlich muss man zu der Ernährung, sag ich mal, sagen, dass Amerika, was Lebensunterhaltskosten oder USA, was Lebensunterhaltskosten angeht, einfach extrem teuer ist. Egal, was du isst. Also auch, wenn du Fastfood isst, ist das nicht mega günstig. Ich habe immer am Anfang gedacht, ey, yo, Fastfood, ja gut, dann esse ich halt zwei Wochen Fastfood. Das wird halt dann super günstig aber sein. Ja, das ist günstig im Vergleich zu dem, wie du, ja, was du an Geld bezahlst, wenn du da gesund kochen willst. Aber günstig ist für mich immer noch was anderes. Also du bezahlst trotzdem viel Geld. Du bezahlst da nicht weniger für Fastfood als hier. Und da muss ich einfach sagen, keine Ahnung. Wir haben dann immer wieder gerne die Alternative genommen, dass wir uns in den Supermarkt dann einfach was eingekauft haben. Klar, mit sechs Personen kann man das noch besser splitten, weil man einfach immer große Mengen machen kann. Und wenn man das dann, sag ich mal, für sechs Personen einkauft, dann ist es unterm Strich natürlich günstiger, als wenn man irgendwie essen gehen würde. Weil beim Essen gehen sollte man halt auch immer auf dem Schirm haben. Die Preise, die da stehen, die sind wunderbar. Aber du kannst halt immer deine 20% noch drauf rechnen, weil du nun mal dem Kellner 20% Trinkgeld geben solltest. Klar, du kannst ihm auch weniger Trinkgeld geben oder so. Aber ich sag mal, zum guten Ton gehört das, wenn der Service soweit gut war, ihm auch 20% zu geben, weil die nun mal von dem Trinkgeld leben. Weil die, glaube ich, einen sehr, sehr geringen Stundenlohn haben. Und dementsprechend ist es auch einfach wichtig, dass man den Leuten das Trinkgeld gibt. Das sollte man einfach nur auf dem Schirm haben. So, dann ging es vom Yosemite Nationalpark über den Tioga Pass nochmal abgehakt. Sind wir dann weiter nach San Francisco gefahren. Dann, nach wiederum vier Stunden Fahrt, folgte endlich San Francisco. Und ich muss sagen, dass ich wirklich, wirklich beeindruckt von dieser Stadt war, beziehungsweise auch noch bin. Las Vegas war im Dunkeln natürlich auch atemberaubend, keine Frage. So, das einfach mal auf sich wirken zu lassen, ist ultra krass. Aber ich muss sagen, San Francisco war schon irgendwie richtig cool. Das war schon so eine richtige, sag ich mal, Hipsterstadt, sag ich mal. Und das war schon heftig, klar. Also, da ist natürlich auch touristisch gesehen, kann man sich eine Menge angucken. Dementsprechend sind da auch sehr, sehr viele Touristen, was ganz häufig die Sache dann eher so ein bisschen anstrengend macht, muss ich sagen. Aber das war schon so, von der Stadt her, sag ich mal, mit mein Highlight. Wir hatten auch dort wieder eine richtig, richtig schöne Unterkunft, die ich euch einfach, also das war wirklich geil. Es war jetzt nicht direkt in San Francisco, sodass du wirklich so alles fußläufig machen konntest oder so. Auch da haben wir wieder Uber in Kauf genommen oder in Anspruch genommen. Aber von der Unterkunft her war das schon mega, mega gut, weil wir auch da wieder eine Aussicht über nahezu ganz San Francisco hatten. Wir waren recht nah an diesen Twin Peaks, also einem Aussichtpunkt, der auch nochmal quasi, wenn du da oben warst, konntest du über ganz San Francisco gucken. Und das war schon richtig, richtig beeindruckend, weil gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir angekommen sind, ist da auch so eine Wolkenmasse über den Berg quasi gezogen. Und das halt so ganz dicht über die Stadt und das war einfach nur atemberaubend, muss ich sagen. Also richtig, richtig, richtig gut. Dann San Francisco selbst, muss ich sagen, ist uns das erste Mal wirklich aufgefallen, dass gerade in so Kalifornien und aber auch Nevada dieses Thema Obdachlosigkeit echt krass ist. Also gerade in San Francisco gibt es einen Stadtteil, da fährt, also wir haben uns einen Bus, dieses Big Bus Tours haben wir uns gemietet, weil wir in New York zum Beispiel das einfach sehr, sehr gut fanden. Einfach mal durch die ganze Stadt, sag ich mal, gefahren zu werden und halt die ganze Zeit irgendwas, neue Informationen zu den einzelnen Punkten zu bekommen, um erstmal so einen Überblick über die ganze Stadt zu gewinnen und halt auch einfach so ein paar Informationen erstmal zu erlangen, die man vielleicht, wenn man sich nur ein Fahrrad leiht, eben ja nicht so im Ganzen bekommt. Auch wenn man da natürlich auch selber recherchieren kann und dann auch viele Sachen herausfinden wird. Dann sind wir halt mit dem Bus einmal wirklich über die Golden Gate Bridge gefahren, sind dann einmal durch ganz San Francisco gefahren und da war halt ein Stadtteil, ey, das war so krass mit der Obdachlosigkeit. Da habe ich mich oder da haben wir uns einfach richtig scheiße gefühlt, weil du fährst da mit einem Bus durch und links und rechts sind wirklich Menschen, die sind so dermaßen am Ende. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich finde, in Deutschland haben wir auch Obdachlose und so und das sieht auch schon immer, gibt es auch wirklich Geschichten und Menschen, die wirklich heruntergekommen sind, wo du auch so denkst, alter verdammte Scheiße, wie siehst du aus? Aber da war das wirklich gefühlt bei jedem Obdachlosen, den du gesehen hast und davon hast du sehr, sehr viele Menschen gesehen, die obdachlos waren, war das richtig so voll, völlig am Ende. Also richtig, richtig krass zerstört einfach nur und das hat uns dann in dem Moment schon in irgendeiner Weise bewegt. Das fanden wir schon erschreckend, weil vor allen Dingen auch der Bus direkt durch diesen Stadtteil gefahren ist und du fährst da in dem Bus durch und guckst dir das so an und denkst so, Alter, du fährst da gerade wie in so einem Safari-Bus durch den Stadtteil durch und guckst so von dem Bus herab auf die Leute und das ist gar nicht meine Welt. Ich gucke niemals auf Menschen herab, egal wie schlecht es ihnen geht oder wie sehr sie am Ende sind. Und das war für mich eine Scheiß-Erfahrung, muss ich sagen. Das fand ich nicht cool, das fand Luisa auch gar nicht cool und dieser Eindruck von Obdachlosigkeit, der hat uns im weiteren Verlauf, sag ich mal, auch immer wieder mitgenommen und auch bewegt. Und natürlich war es auch einfach mal wichtig zu sehen, Alter, das ist eine superschöne Stadt, aber die hat auch extrem viele Probleme, weil wir im weiteren Verlauf uns dann auch einfach so über Obdachlosigkeit, sag ich mal, erst mal belesen haben. Wir haben erst mal herausgefunden, wie krass dieses Problem ist und wie viele Menschen es betrifft. Und wir haben uns mit Mieten und Lebensunterhaltskosten und so weiter in San Francisco beschäftigt und so und das, ey, das ist wirklich unnormal. Da bezahlst du für ein Zimmer, wo du noch niemals eine Toilette und eine Küche hast, sondern so ein gemeinschaftliches Toiletten- und Küchenwesen da, sag ich mal, nutzen musst. Da bezahlst du über 1.000 Dollar für so und über 1.000 Dollar einfach mal für Miete hinzulegen, wer schafft das heutzutage noch? Was für einen Job muss man haben? Das große Problem in San Francisco ist einfach, dass dort sehr, sehr viele Unternehmen angesiedelt sind, die nun mal gerade den absoluten Boom erleben. Dazu gehören halt auch die ganzen Social-Media-Unternehmen wie Instagram, wie Twitter, wie Apple und so weiter. Und die ganzen Leute, die haben natürlich ein übelst krasses Einkommen und ziehen in die Stadt. Dadurch gehen natürlich die Preise für die Mieten so extrem in die Höhe, dass sich da eigentlich kein Mensch mehr irgendwie vernünftig was leisten kann. Also da bezahlst du teilweise für eine Wohnung bis zu 6.000 Euro Miete oder 6.000 Dollar Miete. So und wer soll das heutzutage bezahlen, 6.000 Dollar Miete? So, da kriegt doch keiner hin. Und ja, das hat uns dann so, das hat uns schon so ein bisschen zu denken gegeben und hat halt auch so ein kleines anderes Licht auf die Stadt geworfen. Auch wenn ich es einfach sagen muss, dass so, dass immer noch atemberaubend war. Auch diese Straßen und so, das sieht einfach echt geil aus. Keine Frage. Sind dann dort, dort sind wir dann auch essen gegangen, weil das ist natürlich eine Großstadt. Da hat man einfach die mega Möglichkeiten dann auch irgendwie was essen zu gehen. Wir waren da bei einem Inder, der hat sich Holy genannt. Und das war wirklich super zu empfehlen. Also wir wurden beide satt. Es hat einfach sehr, sehr lecker geschmeckt. Und vor allen Dingen, es war im Verhältnis auch noch relativ kostengünstig. Wir haben insgesamt für das Essen, glaube ich, 45 Dollar bezahlt. Für zwei Mahlzeiten, für zwei Getränke mit Bewertung und so weiter. Und das ist für zwei Personen, 45 Dollar ist in Amerika extrem günstig, würde ich sagen. Und das kann ich auch auf jeden Fall einfach nur empfehlen. Also da, gerade wenn man irgendwie TripAdvisor nutzt oder so, da stehen ja auch automatisch immer diese Eurozeichen hinter, wie teuer das ist und so. Und da, das war echt gut. So, weil Supermarkt zum Beispiel waren wir auch regelmäßig dann bei Whole Foods einkaufen. Das ist so ein absoluter Bio-Supermarkt. Eigentlich ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Aber natürlich, Bio-Supermarkt sind auch immer Bio-Preise, also immer ordentlich teuer. Und ja, gut. Was soll ich euch da noch zu sagen? Wir haben in San Francisco diese Big Bus Tour gemacht. Das fanden wir ziemlich, ziemlich gut. Wie gesagt, um diesen Überblick zu gewinnen, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, ist natürlich auch geil. Vielleicht sogar, wir waren jetzt mehrere Tage da, haben auch mehrere Tage diese Big Bus Tour in Anspruch genommen, weil es da unterschiedliche Touren, sage ich mal, gibt. Ich glaube aber, dass wenn man zum Beispiel einen Tag diese Big Bus Tour machen würde, sich erstmal so einen grundsätzlichen Überblick verschafft, ein paar Dinge dazu erfahren und dann vielleicht am nächsten Tag sich nochmal Fahrräder ausleihen, um mit dem Fahrrad San Francisco selber zu erkunden, ist, glaube ich, eine sehr geile Alternative, wie man sich das auch aufteilen kann. Dann der Trip nach Alcatraz sollte man im Vorhinein wirklich buchen. Wir haben erst quasi, als wir da waren, so mitbekommen, dass das doch ziemlich, ziemlich geil sein soll und so. Und da war es einfach nicht mehr möglich, da irgendwie Karten zu bekommen. Außer man steht halt mega früh auf und sichert sich dann Karten, aber da hatten wir einfach keinen Bock drauf, da um 6 Uhr schon am Pier zu stehen. Und deshalb, das solltet ihr vielleicht im Vorhinein auf jeden Fall einmal buchen, damit ihr diese Tour dann in Anspruch nehmen könnt. Also, dann San Francisco, sind wir weitergefahren. Dann ging es für uns weiter nach Monterey und auf dem Weg sind wir dann nochmal shoppen gewesen. In L.A. gibt es immer riesig große, oder in L.A., in den USA gibt es immer riesig große Outlets, egal ob es in Las Vegas ist, in L.A., bei Monterey und so weiter. Überall gibt es diese Outlets und da kann man wirklich, wenn man ein bisschen mehr kauft, sag ich mal, wirklich den ein oder anderen Euro sparen. Und deshalb haben gerade natürlich die Damen das sehr, sehr gerne in Kauf genommen, aber ich habe natürlich auch das ein oder andere T-Shirt, Pulli und so weiter mitgenommen. Und ja, das war quasi unser, der erste kurze Trip in Richtung Monterey. Das war gar nicht mal so eine lange Fahrzeit. Ich glaube, das waren nur zwei Stunden, haben dann noch einmal ein bisschen geshoppt, haben dann in Monterey ein Motel gemietet. Das war wirklich voll in Ordnung, aber halt auch nur ein Motel, muss man sagen. Und haben dann in Monterey uns noch so ein bisschen den Pier angeguckt und so weiter. Das war echt ganz schön. Ich kann euch einfach nur, also was wir dann gegessen haben, da haben wir auch wirklich, ja, einfach uns nur so kleine Snacks immer geholt. Heißt, eigentlich war der Großteil des Urlaubs, dass man sich irgendwo versucht hat, Fast Food zu holen. Vielleicht mal immer wieder was anderes, zum Beispiel in den Outburger, dann Shake Shack, dann waren wir auch einmal bei Meckes essen und so weiter. Also eigentlich, ja, sind wir sehr, sehr viel Fast Food essen gegangen. Das ist dann nun mal immer oder sehr, sehr häufig vertreten und immer noch günstiger, als dann im Restaurant essen zu gehen. Und sobald wir dann auch eine Küche zur Verfügung hatten, haben wir ganz häufig uns auch einfach Lebensmittel gekauft und haben dann selber gekocht, weil wir dann einfach teilweise auch das Fast Food echt satt haben, weil irgendwann hängt einem das einfach zum Hals raus. In Monterey selbst muss man sagen, also allgemein zu den ganzen Motels und so, Frühstück ist da nicht das große Thema. Also da, was man so an Frühstück bekommt, das ist eigentlich immer meines Erachtens eher so, dass ich darauf komplett verzichtet habe. Ich habe meinen Kaffee getrunken und das war es, weil das war, keine Ahnung, hat sich für mich nicht gelohnt. Dafür brauche ich nicht frühstücken. Da war einfach immer nur Toastbrot und Bagels und ein bisschen Aufstrich dazu, sodass, keine Ahnung, da haben sich auf jeden Fall meine Pudding Oats gelohnt. Denn die habe ich wirklich, auch wenn ich gedacht habe, okay, kannst du mal mitnehmen, ist schon gut, die dabei zu haben. Ab und zu wirst du die bestimmt in Anspruch nehmen. Aber es war wirklich so mit meinem Frühstück, was ich regelmäßig zu mir genommen habe, weil es einfach, ja, von den ganzen Alternativen, die man da zur Verfügung hatte, immer noch die beste Alternative war. Und vor allen Dingen immer noch die günstigste Alternative war. Und da kann ich euch nur empfehlen, Pudding Oats für Reisen ist eine gute Sache. Ja, Monterey selbst, eine Übernachtung gehabt, sind dann weitergefahren nach Santa Barbara, hatten eigentlich auf dem Weg noch einen Stopp zwischen Monterey und Santa Barbara, haben aber dann Luisa und ich entschieden, okay, diesen Stopp möchten wir nicht nehmen, sondern fahren direkt durch nach Santa Barbara. Einfach, weil wir wirklich mal einen Tag am Strand verbringen wollten und dann lieber einmal durchfahren in Santa Barbara, dafür den ganzen, beziehungsweise zwei ganze Tage zu haben, wo wir einen ganzen Tag wirklich nur chillen, relaxen können. Es war wirklich schon anstrengend, weil du bist, entweder warst du auf der Straße, bist gefahren oder du hast dir halt irgendwas angeguckt und wenn man das 14 Tage macht, dann ist das schon hardcore. Sind dann von Monterey aus nach Santa Barbara gefahren und haben dabei diesen 17 Mile Drive mitgenommen, unseres Erachtens relativ enttäuschend, gerade in der Hinsicht, wenn man danach die Route 1 und diese Straße Route 1 mitnehmen kann. Die war jetzt eine Zeit lang gesperrt, wir hatten das Glück, dass wir die mitnehmen konnten und wenn man halt diesen 17 Mile Drive macht und danach direkt die Route 1, da ist dieser 17 Mile Drive komplett überflüssig. So, das ist so, ja, es ist schön, dass die hier alle Häuser haben, dass die Golf spielen können und so, dass die direkt am Meer wohnen, aber wenn dann die Route 1 kommt, so, die, die macht einfach alle Eindrücke, die ich bis dahin gewonnen hatte, über Grand Canyon, über Yosemite Nationalpark, über San Francisco und so weiter, die hat die Route 1 geschmälert, weil das war für mich so ultra geil, Leute. Also, ich habe das so gefeiert, wir sind da wirklich Cabrio, zack und dann die Route 1 runter und ey, das war so geil, Leute, das war wirklich richtig geil. Ich hatte danach den Sonnenbrand des Todes, aber ist nicht schlimm, weil wir haben die ganze Route 1 im Cabrio abgefahren und das war einfach nur mega geil, also mega geil. Das muss man einmal im Leben gemacht haben, also für mich war es mit das Event von dem ganzen Trip, muss ich sagen. Also, das war für mich so geil, einfach am Meer zu fahren und direkt am Meer und dann auch noch in so einer Höhe. Hammer, mega gut. Dann ist da ein so ein Wasserfall, der direkt vom Berg ins Meer fließt und alle so, boah, voll krass, voll krass. Und dann war das voll der kleine Wasserfall, wo ich so dachte, ey, Leute, zieht euch das hier einmal alles rein, das ist so geil. Und dann guckt ihr euch so einen kleinen Wasserfall her an, ne, aber war natürlich trotz alledem eine schöne Bucht und, ja, hat nicht geschadet, da auch mal anzuhalten. Ja, sind dann weiter nach Santa Barbara gefahren und Santa Barbara ist natürlich so eine schöne Stadt, sag ich mal. Da kann man auf jeden Fall gut mal den einen oder anderen Tag entspannen, kann man gut was essen gehen und so. Wir waren dann da auch in einem Motel untergebracht, das war jetzt auch, ja, nicht empfehlenswert oder so. So war ein normal, stinknormales Motel, wo man gut schlafen konnte und sind dann abends bei einem Italiener essen gegangen. Der hieß, glaube ich, Chase und den kann ich euch wirklich empfehlen. Ist ein bisschen teurer, aber du kriegst da Portionen, die verdammt nochmal richtig satt machen, beziehungsweise eigentlich kriegst du eine doppelte Portion. Und das schmeckt einfach verdammt, verdammt gut. Deshalb in Santa Barbara kann man den auf jeden Fall mal mitnehmen, ist aber schon ein bisschen teurer, sag ich mal. Wir haben für vier Personen rund 120 Dollar bezahlt. Klingt jetzt erstmal viel, aber für vier Personen in Amerika oder in den USA essen zu gehen, ist schon, ja, mit 100 Dollar kann man eigentlich in der Regel essen, immer rechnen bei vier Personen. Ja, sind dann in Santa Barbara, haben wir dann einfach so ein bisschen gechillt. In Monterey kann ich euch, oder hätten wir sehr gerne noch mitgenommen, sich mal so Wale anzugucken. Da gibt es halt so Schiffstouren, wo man sich dann so richtig geil mal Blauwale und so angucken kann. Ja, hätten wir sehr gerne gemacht, war dann aber letzten Endes alles zu viel. Als wir in Monterey angekommen sind, waren wir teilweise schon so kaputt von der ganzen Fahrerei, von den ganzen Städten besichtigen und so, dass wir dann einfach gesagt haben, ey, lass uns zusehen, dass wir jetzt schnell nach Santa Barbara kommen, da einfach ein bisschen chillen können, um dann Kraft quasi zu tanken für L.A., weil, ja, wir nach Santa Barbara nur zwei Tage dort waren, um dann weiter nach L.A. zu fahren. L.A., Leute, was haben wir in L.A. gemacht? Beziehungsweise wir sind von Santa Barbara dann weiter nach L.A. gefahren und haben dort ein Haus gemietet. Dieses Haus war einfach nur grandios, kann ich euch einfach nur empfehlen. Klar, wir waren sechs Personen, ihr müsst dann auch sechs Personen sein, weil sonst lohnt sich das nicht mit so einem Haus. Aber wenn ihr sechs Personen seid oder vielleicht auch vier Personen seid, das war einfach nur großartig. In diesem Haus hattet ihr alles zur Verfügung, wirklich sogar Fahrräder und so standen da, da war ein Grill. Ey, das war einfach nur megamäßig, dieses Haus, also mega geil. Und von da aus haben wir dann, ja, die wäre dann nochmal den einen oder anderen Trip gemacht. Zum Eisspiel sind wir dann einen Tag nach Universal gefahren, das ist so ein Freizeitpark. War für mich ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so mega Achterbahn-lastig oder so, ist halt eher Richtung Universal, halt richtig Filme machen und alles, was so mit Filmen zusammenhängt. Also so 3D-Kinos, 3D- oder 4D-Achterbahn in Anführungszeichen dann. Und das war schon mega geil irgendwie. Also ich fand es, war ein schöner Tag, den man auf jeden Fall mal machen sollte. Und ja, von, oder sind dann in L.A., haben wir uns natürlich auch noch so ein bisschen umgeguckt, beziehungsweise sind dann zum Beispiel zu dem Hollywood Boulevard gefahren oder Walk of Fame ist es dann, glaube ich. Der war richtig enttäuschend. Also da dachte ich so, ey Leute, das ist ja, wenn die Oscars hier verliehen werden so, ey, dann ist das circa genauso, wie wenn die Bundeskanzlerin nach Marxloh kommt. Dann sieht auch alles schön aus. Und der Hollywood Boulevard, der war circa genauso. Also da sieht dann, also der ist wirklich nicht schön, muss ich sagen. Wir waren richtig enttäuscht davon. Wir haben echt so gedacht, ey, das ist jetzt hier gar nicht mal so schön. Und das war, muss ich sagen, vielleicht auch so ein bisschen das Gesamtbild von L.A. Beziehungsweise, was heißt Gesamtbild? Von dem Teil, den wir von L.A. gesehen haben. Natürlich Beverly Hills und so, ey, das ist mega geil. Auch dieser, wenn ich hoffentlich sage, Griffin Shopping Center. Das ist wie so eine kleine, wie so ein kleines, ja, wie so ein kleines Shopping Center, sag ich mal. Oder Shopping Straße, die halt mega schön gemacht ist, keine Frage. Cheesecake Factory kann man da natürlich immer nur empfehlen. Das schmeckt da eigentlich, schmeckt da alles super, nicht nur der Cheesecake. Aber grundsätzlich das, was wir von L.A. gesehen haben, ja, war häufig auch wieder von dieser hohen Obdachlosigkeit, sag ich mal, geprägt. Auch am Hollywood Boulevard waren sehr, sehr viele Obdachlose. Auch am Venice Beach waren sehr, sehr viele Obdachlose. Auch am Santa Monica Pier waren sehr, sehr viele Obdachlose. Also da sieht natürlich so, wenn man sich das so, das alles ausblendet und so, dann sieht das trotz allerdem super schön aus und so. Und auch Venice Beach und ich habe da im Goldstream trainiert und so. Das war mega geil. Also für mich war da ein absolutes Highlight, da einfach mal trainiert zu haben. Aber es war immer wieder getrübt von dieser krassen Obdachlosigkeit, von diesen krassen, absolute Gegensätze von totalem Überfluss bis total am Arsch. Und da muss ich sagen, grundsätzlich war so ein bisschen mein Eindruck von L.A., dass es doch in vielen Hinsichten sehr dreckig ist. Sehr, sehr viele Obdachlose auf den Straßen sind. Und ja, dass es einfach sehr, sehr vielen Menschen dort auch nicht gut geht. Und ja, weiß nicht. Irgendwie war ich von L.A. vielleicht so ein kleines bisschen enttäuscht, auch wenn ich schon im Vorhinein wusste, dass es dort schon sehr viele Obdachlose und sehr, sehr viel Armut geben wird. Ja, das war es zu L.A. Und dann sind wir halt nochmal von L.A. nach Las Vegas weitergefahren, um da dann nochmal eine Nacht zu pennen, um dann am nächsten Tag mit dem Flieger nach Hause zu fahren. Was kann ich euch grundsätzlich zu den Kosten sagen, die jetzt der ganze Trip so hingehauen hat? Also, wir haben allein für die Unterkünfte rund 1.500 Euro jeder, glaube ich, bezahlt. Heißt, mit Sprit, mit Sixt-Automieten und so weiter, mit Lebensunterhaltskosten und so weiter. Ja, kann man schon so seine 2.500 bis 3.000, vielleicht 3.500 einplanen. Das ist natürlich dann von jedem selbst überlassen, wie häufig man auch essen gehen will, was man vielleicht alles noch für Attraktionen mitmachen will und so. Zum Beispiel Universal Nationalpark, Universal Freizeitpark kostet auch einfach mal 100 Dollar. Gold Gym habe ich einfach mal 40 Dollar für bezahlt. Für das Cabrio haben wir rund 700 bis 800 Dollar bezahlt. Ja, das sind halt so gerade, also gar nicht mal die Unterkünfte sind jetzt so das, was so voll ins Geld geht. Das ist meines Erachtens noch relativ günstig, wenn man überlegt, dass man immer woanders pennt, dass man halt immer teilweise auch richtig gute Unterkünfte hat und so. Aber gerade diese Lebensunterhaltskosten, da kommt nochmal einiges dazu. Wenn man dann noch shoppen geht und so weiter, das haben wir natürlich auch gemacht, können wir am Ende sagen, dass wir ja wirklich so um die 3.000 Euro, würde ich sagen, pro Person ausgegeben haben. Ja, kann man natürlich auch noch weiter einsparen, indem man die ganze Zeit versucht, nur so günstig wie möglich essen zu gehen, das günstigste Auto sich aussucht und so weiter. Ob man das jetzt unbedingt macht, weil es ist ja immer noch Urlaub, da habe ich einfach so ein bisschen so die Ansicht, spar wo du sparen kannst. Aber das, was du auf jeden Fall machen willst, da musst du es dann halt in Kauf nehmen, dass du halt so ein bisschen Geld dann dafür auch los wirst. Hätte man bestimmt auch noch in vielerlei Hinsicht noch mehr drauflegen können und noch mehr Geld ausgeben können, aber was soll ich euch sagen, Leute, das ist jetzt bei uns am Ende so dafür rausgekommen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem ganzen Urlaub und so weiter, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde dann natürlich dann versuchen, darauf einzugehen. Ja, das soll es erstmal zu dem ganzen Urlaub gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch so ein paar Eindrücke schildern können. Ich habe euch so ein paar Erfahrungen vielleicht auch weitergeben können und würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir sehen uns im nächsten Video, Sportsfreunde, Rheinland. Wir sehen uns im nächsten Video, Rheinland, 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 Rheinland.